Sind das die letzten zwei oder verbirgt sich... Nein, das war's. Und da hinten, glaube ich... Ja, dich nehme ich auch noch mit. Kohlevorrat. Das da hinten lasse ich aber mal. Da kommen wir später noch drauf zurück. Wenn wir hier wieder reinkommen. Mein Gott, ist hier viel Kohle. Das ist ja unglaublich. Hört das auch mal auf. So, jetzt aber das letzte. Nein. Nein. Ich mache euch mal wieder Licht. Damit ihr mehr seht von der Kohle. Ach, Mann. Was ist da noch mehr hinten dran? Ich glaube so nicht. Ach, was. Wie viel ist denn hier? Das gibt's doch nicht. Ich muss nie wieder Kohle suchen. So. Das war's jetzt aber. Die Kohle da hinten lasse ich jetzt einfach mal Kohle sein. Und hier wollte ich eigentlich nicht hin. Von wo... Von da bin ich gekommen. Bin ich von hier gekommen? Leute, bin ich von hier gekommen? Sieht so aus, oder? Ja, von hier bin ich gekommen. Oder? Ich glaube schon. Ich hoffe es. So, einen kleinen Moment, Leute. Ich schenke mir mal kurz was Frisches zu trinken ein. Sonst muss ich euch wieder in die Ohren husten. Und das wollt ihr ja nicht. Hört sich auch nicht schön an, wenn ich euch hier ins Ohr huste. Hm. Ah so, schon besser. Die Kohle nehmen wir natürlich auch mit. Ups. Jetzt bin ich ans Headset gekommen. Tut mir leid. Seht ihr, Leute? Wenn ich euch mal nicht ins Ohr huste, dann... ...komme ich eben ans Headset. Flop. So. Wie sieht's denn aus? Wo sind wir denn hier überhaupt? Ich hab keine Ahnung, Leute. Aber ich glaub, wir sind irgendwo von da gekommen. Nein. Von da sind wir sicherlich nicht gekommen. Dann sind wir womöglich von hier gekommen. Ja, hier war das Huhn. Hier waren wir noch nicht. Hallo, Huhn. Oh, ist das süß. Wehe, du verfolgst uns. So, ich will erst mal hier oben rumgehen. Ja, ich höre eine Spinne. Und wenn die jetzt hier irgendwo runterfällt, kriege ich einen Herzinfarkt. Mann, ist das groß hier. Hier ist überall Kies. Ist ja ekelhaft. Ich mag kein Kies. Scheint aber soweit sicher zu sein. Ach, was. Ach, was. Ach, was. Was ist das denn hier? Wow. Okay, das ist episch. Gehen wir aber erstmal da rum. Da ist nicht so... War hier nicht irgendwo Eisen? Gehen wir mal hier rum in diese Richtung. rum. Zack. Zack. Ach, was. Hör mir auf. Da gehe ich doch nicht runter. Noch nicht, zumindest. Dann werde ich mir dann erst irgendwann mal ein paar Leitern machen. und dann können wir gerne da runter gehen. So, bam. Noch. Hühnchen. 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 Bam. Boah. Ist nur ein Schwein. Ist nur ein Schwein. Zack. Na, komm. Zack. Ah, ich will das Schwein schlagen. Boah, da unten ist die Spinne. Ich habe gewusst, dass du hier bist. Ich habe es einfach nur noch gewusst. So, wo sind wir denn hier? Sieht gefährlich aus. Und ekelhaft. Zugleich. Haben wir den Kies hier weg. Plop, plop, plop. Die Spinne macht mir etwas Sorgen. Aber die dürfte eigentlich nicht eine allzu große Bedrohung darstellen. Wäääh. Geh weg. Pam. Na, komm. Na, komm. Bam. So. So weit, so gut. Äh, nicht? Boah, ich habe voll Angst hier drin. Das ist ja unglaublich. Ist das groß? Das gibt es doch nicht. Also Leute, ich kann jetzt hier nicht so viel rumsehen, weil ich sonst hundertprozentig den Weg nach Hause nicht mehr finde. Und darauf habe ich gar keinen Bock. Wir werden hier definitiv später nochmal zurückkommen. Wenn wir besser ausgerüstet sind. Und nicht so ein leichtes Opfer sind. Oh mein Gott. Das ist ja heftig, was es hier jetzt für riesen Höhlen gibt. Krass. 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 Richtig, richtig cool. Krass. 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 Mensch, haben wir viel Kohle Und ein Ei Wo war das Ei gelegen? So Gut, ähm Wo bin ich denn Jetzt hin? Hä? Okay, jetzt kapiere ich es gar nicht mehr Wo sind wir denn jetzt Hingelaufen? Da ist noch Eisen Plopp Noch mehr Eisen Ich finde Den Weg nicht mehr Ich finde ihn einfach Nicht mehr Und ich höre schon wieder Die Zombies nach mir Rufen Und ich will da hoch So Hier habe ich zugemauert Also war ich hier definitiv schon mal Und hier ist ein Haufen Zeug zum Farben und Kohle und so Ach und hier ist der Ausgang Okay Dann hat sich das erledigt Dann holen wir schnell Hier das Eisen noch Zack Und zack Und die Kohle reißen wir dann auch noch schnell aus der Wand Weil so weit hätten wir eh nicht mehr rein können Weil Letzte Spitzhacke und so Ähm Kohle Dich wollte ich noch Dich wollte ich noch mitnehmen So Hopp, hopp, hopp Und es regnet schon wieder Ach was Wah Schön Zieh schön Lebt er noch? Meint ihr, der lebt noch? Wah, da ist er Wah Komm her Komm her Ihr Noobs Ja, okay Sollen wir mal da hinten Hab ich jetzt die Kohle da mitgenommen? Wah Ich bin so vergessen Ja Ich habe sie dabei Jetzt gehe ich mal hier noch rein Leuchtet das Ganze hier mal etwas aus Dass hier nichts Ach was Dahinten ist ein Mob Spawner Bah Dann hole ich zuerst die Kohle Und hoffe, dass der Der Creeper nicht hier hoch Ne, die kommen hier nicht hoch Die müssen da unten bleiben Und vor allem hoffe ich, dass der Bogenschütze uns nicht von da unten abschießt Also das Skelett 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 Bogenschütze Skeleton Und mehr Kohle Und bevor wir dann Zu dem Spawner gehen Werden wir uns erst nochmal ein paar Fackeln machen Obwohl, eigentlich können wir es mal versuchen Und ich muss gleich mal was essen Weil unser Protagonist langsam Hunger bekommt Und wenn der hungrig ist, ist er unausstehlich Na komm, schlag doch das Zeug kaputt Mensch Angst Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Da kommt schon der nächste Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ah Puh Puh Oh mein Gott Wow Okay, ich glaube wir müssen zuerst an den Spawner So hat das keinen Sinn Probieren wir es Hier überall Fackeln hin Da kommt keiner mehr raus Komm her So Den hätten wir Der müsste jetzt eigentlich Ui und der sieht ja cool aus Der Spawner müsste jetzt eigentlich safe sein Blob Hier dürfte nichts mehr spawnen Verlassen wir uns einfach mal drauf Und versuchen hier in aller Ruhe die Kohle abzubauen Mit der wir so nicht fertig geworden wären Das ist ja cool Ich finde hier gleich am Anfang Eisen Massen an Kohle Einen Mob Spawner Eine epische Höhle Die ist ja wirklich unheimlich riesig Das ist ja Richtig heftig Richtig heftig Heftig So Die Kohle haben wir Dann sehen wir uns doch mal an Ob wir hier was nützliches in den Kisten haben Eisen Das ist auf jeden Fall cool Sprengstoff Wir haben Seide Und ein Eimer Das ist cool Und Eine Kokosnuss Bohne Finde ich gut Damit kann man braune Farbe machen Und hier haben wir ganz viel Seide Und noch ein Eimer Müssen wir schon mal keine machen Noch so eine Bohne Und noch mehr Eisen Und ein Brot Das Brot können wir übrigens gleich mal essen Weil unser Held ja hier Ganz schön Hunger hat Om nom 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 nom